Heute ist der 10. Dezember und das bedeutet, heute darf ich mein Video zum Projekt Hashtag TubeMessAustria beitragen. Das ist ein Projekt von 29 österreichischen YouTubern und YouTuberinnen. Alle Informationen dazu gibt es in meiner Infobox und ich würde euch auch zu Herzen legen, euch das erste Video von den Initiatoren Valentina und Diana auszuschauen, weil da ist auch alles sehr gut erklärt. Ja, ich bin die Laura und ich bin Sängerin, das bedeutet, es ist glaube ich kein Wunder, dass mein Video heute was mit Musik zu tun haben wird. Dieses Video habe ich gemeinsam mit dem Sam gemacht und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Sam bedanken für alles, was er schon für mich getan hat. Ja, das letzte große Gemeinschaftsvideo wird es am 24. Dezember geben, das ist übrigens ebenfalls mit dem Sam und da wird es auch eine riesengroße Verlosung geben. Aber was, wann, wie, wo, warum, alle Informationen gibt es dazu wieder in der Infobox. Wichtig ist jetzt, schaut euch mein Video aufmerksam an und ein kleiner Tipp ist, zählt es die Sterne. Und ich verlose auch noch was Kleines, nämlich verlose ich unter allen Kommentaren eine neue CD von mir, die es seit drei Tagen gibt, ich glaube noch an Wunder. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht mehr so viel reden, deswegen höre ich schon auf. Viel Spaß mit dem Video und ich wünsche euch morgen einen schönen dritten Adventsonntag. Musik Have yourself a merry little Christmas Let your heart be light From now on Your troubles Will be out of sight Have yourself a merry little Christmas 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 We'll be miles away Here we are, us in olden days Happy golden days of your life Faithful friends who stay dear to us Gather near to us once more Through the year we all will be together If the fates are loud Hang a shining star upon the highest bow So have yourself a merry little Christmas Now Untertitelung des ZDF, 2020